Wenn ihr jetzt durch die Schleuse gekommen seid, desinfiziert ihr eure Hände noch schnell, bevor ihr weiter in das Haus geht. Und jetzt kommen wir in einen Raum, wo ihr eure Sachen abstellen könnt, in die Garderobe. Und noch schnell auf die Toilette gehen könnt, bevor wir dann weiter runter zur Ausstellung gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017